Heute gibt es mal wieder ein Video, was es so in der Form ziemlich lange nicht mehr gab und zwar ein Unboxing von einem Smartphone, das nicht unbedingt High-End ist, sondern eher im günstigen Bereich angesiedelt ist, denn dieses Realme 8 5G kostet nur 249 Euro und hat wie der Name schon sagt 5G mit verbaut und ich werde das Ganze heute mal auspacken und mit euch meine ersten Eindrücke teilen, also los geht's wie immer nach dem Intro, viel Spaß! Zu eurer Information, dieses Video hier wurde freundlicherweise durch Realme unterstützt, deswegen steht hier auch oben Werbung eingeblendet und sie haben mir das Smartphone auch so frühzeitig zugeschickt, dass ich das eben passend zum heutigen Marktstart hier auf dem Kanal zeigen kann. Wenn wir uns die Verpackung mal anschauen, dann sehen wir erstmal eine ziemlich auffällige Verpackung, die sich bestimmt bei mir im Regal auch sehr gut machen wird mit dem Gelb, das ist ein nicer Kontrast zu der blauen Wandfarbe und wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann haben wir hier erstmal den Quickstart Guide und alles denke ich mal. Hier steht auch, hey, welcome to Realme Family. Das ist tatsächlich auch mein erstes Realme Smartphone und ich bin ziemlich gespannt, wie das so in der Benutzung sein wird. Wir haben hier auch im Lieferumfang, wie man das von ziemlich vielen Smartphones kennt, eine Hülle, das heißt, wenn ihr das Realme 8 5G kauft, dann müsst ihr euch keine weitere Hülle mehr kaufen, sondern habt hier schon mal ein bisschen Schutz mit dazu. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten den Quickstart Guide und so, den werde ich mir jetzt nicht anschauen, dafür probiere ich das Gerät einfach mal aus. So, und dann haben wir hier drin liegen das Smartphone selbst. Das lege ich erstmal kurz noch hier zur Seite. Ansonsten haben wir noch hier das Ladekabel inklusive Netzteil, denn ja, bei einem Preis von 250 Euro liegt ein Netzteil natürlich mit dabei. Andere Hersteller lassen das ja weg, wovon ich nicht ganz so ein großer Fan bin. Das Einzige, was ich an der Stelle ziemlich schade finde, ist, dass wir hier einen USB-A Anschluss haben. Das heißt, das Kabel, was hier mitgeliefert wird, ist auch USB-A auf USB-C. An der Stelle hätte ich persönlich einen USB-C auf USB-C Netzteil deutlich passender gefunden, aber nun gut, man muss ja trotzdem irgendwo noch den Preis auch im Hinterkopf behalten. Interessant wäre jetzt noch zu wissen, was für ein Netzteil das ist. 9 Volt 2 Ampere, also ein 18 Watt Netzteil haben wir. Damit wird das Smartphone auch schön schnell wieder aufgeladen. Übrigens, der Akku in diesem Realme ist 5000 mAh groß, also dementsprechend sollte man damit auch locker 1,5 bis 2 Tage hinkommen. Das werde ich aber alles in meinem Test noch rausfinden. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir doch mal hier die Folie aus, beziehungsweise erstmal hier diese Plastiktasche und dann holen wir das Smartphone hier raus. Hier sind dann noch ein paar Sticker drauf, die ich entfernen muss. So, und jetzt könnt ihr das Smartphone schön clean sehen. Und ich muss schon sagen, die Rückseite, die gefällt mir, also die schimmert so richtig schön, könnt ihr das sehen. Also zum Beispiel hier die Lampe oben, die sich gerade drin spiegelt, die spiegelt sich ja nicht so wirklich scharf, sondern die ist so ein bisschen verzogen und alles, das gibt richtig die schönen Lichteffekte. Das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich so auch bei keinem anderen Smartphone bisher gesehen. Immer eine coole Sache, wenn man nochmal ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ansonsten, der Rahmen, der fühlt sich auch sehr schön an, besteht aus Kunststoff, aber ist hochwertig verarbeitet. Also man hat hier nirgends irgendwelche komischen Kanten von der Produktion. Ja, und lol. Nein, niemals. Dieses Smartphone hat einen Kopfhöreranschluss. Wann habe ich das denn zum letzten Mal in einem Smartphone gesehen, dass man noch einen Kopfhöreranschluss mit dabei hat? Ich persönlich brauche ihn wirklich nicht. Also ich weiß echt nicht, wann ich zum letzten Mal überhaupt einen Kopfhöreranschluss verwendet habe. Aber dass er dabei ist, ist trotzdem cool, weil es gibt bestimmt auch noch einige Leute, die ein paar kabelgebundene Kopfhörer haben. Und wenn man die hier dann noch weiterverwenden kann, ist das natürlich eine coole Sache. Ansonsten ist hier unten natürlich der USB-C-Anschluss, um das Gerät wieder aufzuladen. Und ansonsten haben wir auf der Rückseite die 48 Megapixel Hauptkamera. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die sich so schlägt, ob die Fotos brauchbar sind oder eher nicht. Weil man muss ganz ehrlich sagen, bei günstigen Smartphones ist die Kamera meistens eher so der Punkt, wo man merkt, dass es ein günstiges Smartphone ist. Aber das werde ich alles auch für den Test herausfinden. Ein bisschen komisch finde ich das hier bei der vierten Linse. Das ist nämlich gar keine Linse. Da steht einfach nur AI. Also ja, das sieht eher nach mehr aus. Das ist eigentlich mega schade, dass die Rückseite direkt so voll mit Finger abdrücken ist, weil die sieht schön aus. Die gefällt mir richtig gut. I like. Auf der Vorderseite ist übrigens auch noch eine Display-Schutz-Fulde angebracht. Also auch hier müsst ihr nichts extra kaufen. Das ist alles von Haus aus installiert und die hält sogar ziemlich gut. Ich werde die trotzdem abmachen, einfach weil es dann für die Videos zum Filmen deutlich angenehmer ist. Und werde das Gerät jetzt mal einschalten. Übrigens im Power-Button ist ein Fingerabdrucksensor verbaut. Das heißt, den könnt ihr immer gut erreichen, egal ob als Links- oder als Rechtshänder. Und dann geht schon das Display an. Und das Display ist auch so ein Punkt, der noch ziemlich spannend ist. Denn wir haben hier ein 6,5 Zoll großes Full-HD-Display mit IPS-Technik und 90 Hertz. Also auch in dieser Preisklasse bekommt man Displays mit einer höheren Bildwiederholrate als nur 60 Hertz. Wie das zum Beispiel Apple in den iPhones noch hat. So, dann richten wir euch hier mal den Fingerabdrucksensor ein. Das geht auch erstmal ziemlich schnell. Willkommen, Realme UI. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie die aussieht. Und erstmal mache ich das Smartphone hier stumm. Und da sieht man es. Es ist ein bisschen verspielt. Ich persönlich bin mehr ein Fan von Stock Android. Aber das Coole ist, dadurch, dass man eben hier Android hat, kann man natürlich auch einfach im Google Play Store und so sich ein Icon Pack runterladen, einen anderen Launcher draufhauen. Und schon sieht das Gerät im Grunde genommen wie ein Google Pixel aus. Aber mein erster Eindruck vom Display ist schon mal ziemlich gut. Man hat einen schönen Weißwert. Die Kontraste, die sehen auch gut aus. Und es ist schön flüssig, so wie es eben sein sollte mit einem 90 Hertz Display. Das macht schon nochmal einen sichtbaren Unterschied. Das kann man nicht anders sagen. Und ich finde es klasse, dass jetzt auch hier bei günstigen Smartphones so langsam, aber sicher Displays mit höherer Bildwiederholrate Standard werden. Ein Punkt, der noch nicht überall Standard ist, aber hier als Standard verbaut wurde, was ein Wortspiel, ist 5G. Denn dieses Smartphone hat tatsächlich 5G verbaut und für die Preisklasse ist das ziemlich untypisch, sage ich mal. Normalerweise hat man nur teurere Smartphones wie zum Beispiel die neuen iPhones oder auch teurere Samsung Galaxy Modelle, wo man 5G verbaut hat. Und somit hat man dann einen schnelleren Zugang zum Internet, kann deutlich schneller irgendwelche Sachen runterladen, Apps und sowas. Oder man kann auch problemlos Videos mit höherer Qualität schauen. Die Netzabdeckung in Deutschland ist zwar noch nicht die allerbeste, aber auch da tut sich natürlich mit der Zeit immer mehr. Und wenn ihr Lust habt, kann ich gerne auch mal ein Video nur zu 5G machen, wo ich euch so ein bisschen erkläre, was überhaupt 5G ist, was die Vorteile sind. Denn neben der eigentlichen Geschwindigkeit vom Internet für den Download und Upload gibt es auch noch ein paar weitere Vorteile, die dann in Kombination eben in Zukunft deutlich praktischer sind. Ich finde das so beeindruckend zu sehen, was man mittlerweile für wenig Geld bei Smartphones so bekommen kann. Ich meine, das kostet 249 Euro. Der Fingerabdrucksensor ist super schnell und zuverlässig. Man hat 5G, man hat ein 90 Hertz Display, was 6,5 Zoll groß ist und einen 5000 mAh großen Akku. Also erstmal klingt das alles ziemlich nice. 249 Euro kostet das Smartphone. Und weil es jetzt gerade erst heute auf den Markt gekommen ist, gibt es noch eine Early-Bird-Aktion, wo ihr bis zum 20.05., also bis übermorgen, sogar nochmal 30 Euro sparen könnt und das Realme 8 5G für 229 Euro kaufen könnt. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Dort ist natürlich der Link. Und ansonsten würde ich sagen, richte ich das Gerät mal fertig ein. Ich werde es dann ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was euch so interessiert an dem Smartphone. Und dann abonniert den Kanal, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Und schaut auch beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao!